Am 31. August findet wieder der Hamburger Tat der Familien statt. Dazu können sich Einrichtungen, Initiativen und Vereine ab sofort anmelden. Hamburgs Familien sollen somit direkt nach den Sommerferien die Gelegenheit bekommen, Angebote in ihrer Nachbarschaft kennenzulernen. Im Fokus steht dieses Jahr das Thema Gesund aufwatzen. Familien sollen dabei erfahren, wie viele Möglichkeiten es gibt, die gesunde Entwicklung von Kindern zu fördern. Dafür wird es Angebote in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Bildung geben. Initiator wird auch dieses Jahr die Sozialbehörde sein.